Juhu, da sind wir wieder bei Kingdom H2. Beim letzten Mal sind wir hier wieder in der Welt von Fluch der Karibik angekommen und wurden versenkt. Wir sind jetzt auf einem Schiffsfriedhof und suchen uns einen Schiff. Einen Schiff? Ein Schiff. Und sehen wieder ein paar Gegner. Jetzt sind zum Glück keine Zombies. Ich habe nichts gesagt. Ich sehe gerade, dass sind welche dabei. Durchschläger, was? Au. Schwerschläger, achso. Au. Och. Ja, komm her. Komm her. Kommst du mal her? Kommst du mal irgendwo hin, wo ihr wieder normal werdet? Öffne. Achso, doch mal eine Truhe. So, hier sind sie wieder Zombies. Ja, und das. Hm. Alter. Geht mir diese Welt wieder auf die Nerven. Ich weiß auch, warum ich sie nicht mehr mochte. Nein, da ist wieder Schatten. Da ist auch wieder Schatten. Du da aber. So, einer weg. Komm her. Ich greife, ich drücke noch ein einziges Mal X und Sora haut direkt 30 Mal auf den Gegner drauf. Wow. Kommst du mal her? Ja. Komm her. Ich wollte eigentlich gerade blocken. Ja, gut abgefangen, Jack. Ich sehe schon, die Welt wird mir keinen Spaß machen. So, was haben wir denn hier so rumliegen? Dann hier geht es ja noch zum Laderaum. Vor allem in solchen Gebieten zu kämpfen, wo es einfach durchgehend dunkel ist. Okay, da kann ich nicht rüber. Da ist noch eine Truhe hier hinter. Nö. Wie sieht es mit den Truhen aus? Schätze. Irgendwo habe ich drei Schätze übersehen, oder? Naja, gucken wir uns mal ein bisschen weiter hier oben. Vielleicht finde ich die ja noch irgendwo. Da zum Beispiel. Ein Mithril-Kristall. Ich glaube, damit konnte ich sogar was herstellen. Oh. Ach. Diese Piraten gehen mir minimals auf die Eiergarde. Alter. Kopiere mal die nicht Gufi-Attacken. Gufi-Attacken. Ja, ich weiß. Hier ist es wieder dunkel. Deswegen kann ich hier nicht angreifen. Lanzenritt. Nehme ich mal mit. So. Der ist auch gleich weg. So. Und du bist der Einzige da. So. Du bleibst schön hier jetzt. Du weißt doch, hier ist so viel schönes Mondlicht. Das gefällt dir doch sicher. Nein, 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 nein. Oder wohl... Doch, hier hinten kannst du nochmal hin. Ne, da kannst du hinten bleiben. Genau, dort bleibst du. So. Hier war sonst nichts. Geh mal ein Gebiet weiter. Wenn ich irgendwo noch drei Truhen übersehen habe. Ach, jetzt muss ich die ganzen Viecher... Jetzt muss ich wohl die ganzen Viecher suchen, die die Medaillons haben. So, gib mal her. Komm, gib her. Du brauchst das gar nicht mehr. Angriffskraft hoch und Abwehrkraft hoch für Donald. Fehl noch drei. Woher weißt du das? Ein Pirat muss die Augen offen halten, sonst erleidet er rasch Schiffbruch. Klar, sowas? Hä? Was ist das? Ich würde sagen, ein Schiff. Ahoi, Freunde! Diese Frau hält sich wohl für eine Piratenbraut. Verwunsch auf Medaillon. Und Schiffsfriedhof. Karte. Schiffsfriedhofskarte. Oder? Mit oder ohne S? Jack, was ist passiert? Das ist ja grauenhaft. Ah, und wem habe ich das wohl zu verdanken? Hm? Jedenfalls nicht Elisabeth. Die Organisation 13. Die stecken hinter all dem. Wo sind die wohl hin? Der Mann mit der Kapuze hat die Piraten und seine Kreatur mit in ein seltsames Loch genommen. Wir haben aus dem Kapitänsquartier gesehen, wie sie verschwunden sind. Sie zu bekämpfen ist euch wohl nicht in den Sinn gekommen. Ich bin kein Narr. Ich wusste, dass ich nichts gegen sie aussichten kann. Dem ist wohl so. Sora, ich denke, wir brauchen eure Hilfe. Alles klar. Wir müssen zuerst die Medaillons finden. Ohne sie kann der Fluch nicht gebrochen werden. Und die Kreatur bleibt unverwundbar. Kann ich hier eben nochmal an Land gehen? Ich möchte mich da nochmal ein bisschen umschauen. Was haben wir wieder für neue Items? Königsformel. Zwoche Medaillons. Wie sieht es mit dem Schätzen aus? Fehlen irgendwo drei Stück. So, wir müssen jeden einzelnen Stein umdrehen. So, ich möchte jetzt nochmal zum Schiffsfriedhof. So, ich habe es dann gemacht. Da können wir auch gleich noch hin. Was? Wo ist der denn? Da. Alter, bleib mal stehen. Ah, endlich kriege ich auch nochmal so ein bisschen ein Kombo hin. Noch zwei Medaillons. Ah. So muss ich es also machen. Wenn ich die im Gebiet sehe, habe ich ein Zeitlimit, bis ich die kaputt schlagen kann. So, war ich hier. Ja, da war noch eine Truhe. Oh, Meteostab. Donald, ich glaube, du willst eine neue Waffe haben. Glücksboost auch noch. Finde ich gut. Schauen wir mal, war hier noch was? Jo, da haben wir die letzte Truhe, oder? Buri Halkum. So, das dürfte... Jo, das war die letzte. Da war das Mickey Mouse Symbol. Okay. Suchen wir dann mal. Hm, da geht's noch rein. Mal sehen, ob hier auch noch einer rumlauert. Ich glaube, ich wollte einfach hin. Ja. Nein. So, doch. Ich werde ihn jetzt mal suchen. Und da hinten ist er ja schon. So, du bleibst mal schön hier. Das Medaillon, was du da hast, das möchte ich gerne haben. Und da haben wir Nummer drei. Ich hätte Ausfallschritt machen können. Ne, ach, da kann ich mich wieder nicht gegen die Viecher kämpfen. So, Ausfallschritt. Döp, 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 döp. Und hoher Konter. Jo, da habe ich, glaube ich, einen erwischt. Bluff. Bluffen wir mal ein bisschen hier rum. So, denn hier ist... Ne. Das ist genau auf der Hälfte. Also, dass ich da auch gerade eben nicht treffen kann, wenn ich Pech habe. Hat es ein bisschen was gebracht? Ich weiß es nicht. Kommt mal her. So. Schiebe ich mal so ein bisschen ins Licht. Hm. Wieso kann ich dich nicht angreifen? Mann. So, komm mal her. Ja. Komm mal her. Wow, kann ich gerade viel machen. So, komm mal her. Ach, ich habe ja noch keine Magie mehr. Stimmt ja. Und? Oh, das hat was gemacht, ja. Und der letzte. Und genau da kommt meine Magie natürlich wieder. Wenn der letzte weg ist. Ja, ihr könnt ja ruhig da bleiben. Ich gehe mal ein bisschen weiter. Ich möchte nämlich schauen, ob hier vielleicht noch einer ist. Obwohl, das ist mir ja ein viel zu kleines Gebiet, um das hier ein Gegner wäre. Aber wir konnten uns hier nochmal kurz heilen. Das heißt, auf dem Schiffsbethof dürften jetzt alle Medaillons haben. Ja, ich gehe hier einfach weiter. Gegen die habe ich keinen Bock zu kämpfen. Ich tippe mal... Isla de Muerta? Oder... Port Royal? Hm. Ja, das ist die Frage. Isla de Muerta oder Port Royal? Ich gehe mal nach Port Royal. Da könnte ich nochmal zum Mugri gehen. Und schauen, ob ich denn bei ihm was... ...herstellen kann. Port Royal. Gut. Wir wollten nicht nach Port Royal. Wir wollten direkt zu Isla de Muerta. Ein Hinterhalt. So, kommt mal hier hinten, bitte. Ach, diese kleinen Hühnchen. Ja, komm. Nein, nein, nein. Du kommst schon hierhin. Komm her. Komm her. Ich mache das Hühnchen erstmal kaputt. Ja, so viel dazu. Hier kann ich ihn nicht kämpfen. Hier wieder nicht. Komm her. Ja, genau. Bleib mal da oben. Da oben kannst du bleiben. Weil hier ist kein Schatten. Ich habe nebenbei noch das Hühnchen getötet. Das war da so ein bisschen im Weg. So. Was haben wir hier unten? Ja. Gegner? Ach, da oben. Ne, das ist Jack. Ach, da. Wann ist das jetzt alle? Ne, da kommt noch jemand. Moment. Ne, 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 ne. Das machen wir dann anders. Ich lock dir mal hier vorne hin. Denn. Die Bombe kannst du wieder haben. Ne, ne, ne. Komm her. Komm her. So, hier können wir jetzt in Ruhe kämpfen. Genau, jetzt wieder in die andere Richtung. Genau so ist es richtig. So sind wir doch alle glücklich. Vor allem ich. So. Komm, weg. Na, bitte. Das hätten wir dann auch wieder geschafft. Oh, ich freue mich, wenn ich aus der Welt wieder weg bin. Ich muss ehrlich sagen, das ist zu einer meiner Hasswelten geworden. Diese dummen Gegner. Auf dem Schiff, glaube ich, gab es kein Mogri. Ja, ist ja doof. Bin ich mittlerweile denn schon Level 39? Ne, ich bin gleich Level 39. Stimmt, mir fehlen ja noch 2000. So. Gehen wir weiter. Zum Höhleneingang. Wo dann der Letzte wartet mit dem Medaillon? Yo. Ja, das war ein bisschen zu weit weg. Was? Wow, habe ich viel Zeit gehabt. Wie viele Sekunden? Das war ja ein paar Sekunden nur. Zehn Sekunden habe ich dann nur Zeit. Was? Und damit hätten wir auch die letzte Möße, die um mich herumwirbelt. Macht vier Medaillons. Wir haben alle beisammen. Aber wo ist die Truhe? Finden wir den Mann mit der Kapuze, finden wir auch sie. Wahrscheinlich in Port Royal. Wieso dort? Die Organisation ist hinter den Herzen der Menschen her. Also wird sie dort sein, wo viele Menschen sind. Tun Sie den Bewohnern was an? Nein, sie bringen ihnen Blumen mit. Ich weiß nicht, wer diese Organisationstypen sind, aber ich lasse auf keinen Fall zu, dass sie hier weiter ihr Unwesen treiben. Ja gut, dann halt Port Royal. Port Royal klingt besser. Egal. Nach Port Royal fahren wir dann erst, aber beim nächsten Mal. Das war es mal wieder von Kingdom Hearts 2. Bis zum nächsten Mal. Ciao.